Was geht, Freunde der Außenwelt? Wir switchen die Wunde. Let's rock! Schuh-Essig-Park. Okay. Ja, du schießt die falschen ab. So, als ob die Dinos ein Virus haben, dass Menschen zu Dinos werden. Wie bei Zombie-Virus. Also schießt ja vorsorglich schon mal die Menschen ab. Du bist ein Idiot. Du-Jurassic-Park. Was ist das? Beste Du-Jurassic-Park ever. Was ist das für eine geile Scheiße? Oh nein, nicht dieser Song. Der geht halt gleich. Oh mein Gott, das ist ein Goofy-Räusch. Der geht halt. Der hat keinen Fall. Was ist das? Was ist das? Hey, bro. Come on now, doll. Come on, man. Was ist hier nur los? Okay. Was war das denn? Ich stehe halt einfach auf allen Blätter. Was soll's? Also ich erinnere mich dran, dass Jurassic Park genau so war. 1 zu 1. Ja, 1 zu 1 genau so. Was ist das, Alter? Jurassic Park 3 in einer Minute. Aber zweiten Teil gibt es nicht. Jurassic Park 2 gibt es doch nicht. Ich weiß nicht, ob es das nie gab. Hat der gerade das Flugzeug hinter Fresse gekriegt, während er den gefressen hat? Alter! Oh, Mann. Ach, Wahnsinn. Jetzt geht's aber ab, ihr Alter. Mann kennt das. Oh, da wurde irgendwas gebrochen. Oh, ho, 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 ho. Das hat sich angehört, als ob der sich jetzt ruhig gerade bricht. Ist, äh, das ist doch vollkommen bescheuert. Ich glaube, der hat die Granaten vertauscht. Oh, Mann. Wenn man die ganzen Handys mitfrisst, noch nicht verdaut hat, kann das schon vorkommen. Scheiße. Oh, ich glaube, die Skatebrücher habe ich gar nicht gesehen. Oh, oh, ho, 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 ho. Ja, alt's ab, Alter. Und was hat das Ding jetzt gebracht, der da dran hing? Die haben gar nicht alle abgeballert, Mann! Super geil! Okay, hier ist noch eins. Das ist aber Jurassic World, aber das ist nicht schlimm. Das ist voll mies, was hier passiert. Er hat ne Waffe! Immer dieses Alan. Ja, das denk ich nur grad so. Ja, er fährt halt Auto. Oh man! Oh oh! Hey Bro, watch your jet! Watch your jet, Bro! Watch your jet! Statt auszuweichen! Man muss es ja immer schreiben, ne? Ich geh auch immer so mit meinem Essen um! Blub! Blub! Oh oh! Wo ist zum Teufel?! Er kann halt Schnee bändigen! Und luftbändigen! Voll! Als ob! Das ist so cool! Das ist so cool! Jetzt sitzen die im Kino! Was sagt das denn?! Jetzt sitzen die im Kino! Das war zu geil, Alter! Ich hoffe euch hat das Video so gefallen wie mir! Und diesmal verabschiede mich und bin damit raus! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!